Leute, hier liegt einfach eine Hummel auf dem Boden. Ich versuche jetzt gerade einfach meine Hand hinzuhalten und hoffe, dass sie dann da drauf klettert. Ehrlich zu sein, weiß ich nicht so ganz, ob es ihr gut geht. Wir versuchen jetzt, sie aufzupäppeln, weil sie sieht irgendwie gerade nicht so aktiv aus. Von Quentin weiß ich, dass wir jetzt hierfür Wasser und Zucker brauchen. Okay, ich würde sagen, wir bringen ihr das Ganze mal. Okay, die Sonne kommt ein bisschen raus und sie bewegt sich wieder. Als ich ihr noch ein bisschen mehr Zuckerwasser geben wollte, ist sie einfach hier runtergefallen. Ich frage mich, ob das hier im Blumenbeet halt gut ist oder ob ich sie lieber ins Insektenhotel machen soll. Das Ding ist, das Insektenhotel ist halt noch ein bisschen mehr Wind geschützt. Sie hat sich dann aber fürs Blumenbeet entschieden. Leute, sie krabbelt schon wieder. Ihr ging es zuletzt wieder richtig gut und ich war so happy darüber.